Handy Doktor in Marburg gesucht? Das Handy fällt vom Tisch und das Display ist gesprungen? Oder das wertvolle Gerät wurde in verschüttetem Kaffee oder einer anderen Flüssigkeit regelrecht gebadet? Oder Sie kommen mit neu installierten Funktionen nicht zurecht? Oder aus irgendeinem Grund reagiert der Homebutton nicht mehr? Oder hat vielleicht der Akku seinen Dienst aufgegeben? In all diesen und ähnlichen Fällen ist Handy Doktor in und um Marburg der richtige Ansprechpartner für Sie. Handy Doktor unterstützt Sie in professioneller Weise und gleichwohl doch zu sehr günstigen Preisen. Die freundlichen Mitarbeiter werden laufend sorgfältig geschult, um mit der fortschreitenden Technik Schritt halten zu können. In einigen Fällen handelt es sich um einen Fehler der Funktion, nach dem lange gesucht werden muss. Sie als Anwender und Privatperson sind mit einer solchen Aufgabe natürlich heillos überfordert. Handy Doktor jedoch verfügt nicht nur seit vielen Jahren über das Know-how, sondern darüber hinaus auch über das passende Werkzeug. Um Ihnen wirklich und vor allem sehr schnell weiterhelfen zu können. Um mehr über Handy Doktor in Marburg zu erfahren, klicken Sie den Link unter diesem Video.